Das gibt es nur bei Bayern München und das Mehrs-an-Mehr-Gefühl, das reißt uns halt seit Jahren mit und deswegen sind wir mit Stolz Bayern-Fans. Weil es der beste Verein der Welt ist. Auch die Spieler, die sind so herzlich. Es macht immer Spaß mit mir hier ein On Tour zu gehen, ins Stadion zu gehen. Der FC Bayern ist einfach so eine coole Mannschaft. Meine Kinder freuen sich schon auf den Raphael. Es ist ein Wahnsinn, dass er hier nach Hohentegen den Weg zu uns findet. Raphael! Raphael! Ja, wir sind stolz, dass wir einen FC Bayern-Spieler hier in Hohentegen haben. Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Was hast du zum Frühstück? Wo wird klar schon angegriffen, wo wird täglich spioniert? Wo ist Presse, wo ist Rummel, wo wird immer diskutiert? Wer spielt in jedem Stadion vor ausverkauftem Haus? Wer hält den großen Druck der Gegner stets aufs Neue aus? FC Bayern, Sterbe Süden, du bist mega. Das war mega. Sehr sympathisch. Und wieder ein sehr gelungenes und schönes Fest. Ein richtiger Schnucki. Ich glaube, er hat sich auch richtig gefreut und sieht auch, dass wir hinter der Mannschaft stehen. Ja, also der war richtig freundlich, hat sehr viel Geduld dabei gehabt, hat auch alles unterschrieben. Ja, ich fand ihn schon relativ cool, dass er sich auch die Zeit für uns genommen hat. Und auch natürlich Michael Wuttlinger hat alles toll organisiert. Ja, mir hat es richtig gut gefallen. Guero war sehr sympathisch. In fünf Jahren wieder, hoffen wir.